Noch nicht genug Geld. Immer noch nicht genug Geld. Aber gleich. So, jetzt haben wir schon mal drei Items. Das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Als nächstes gehe ich dann mal ein bisschen auf Leben. Ich habe ein Stun. Ich habe alles verfügbar. Das ist ja wunderbar. So, gar kein Thema. Wir schnappen uns erstmal das Tristanerchen da. Oder auch nicht. Ich komme schon wieder ständig ans Mikrofon. Entschuldigung. Ich logge die jetzt mal so ein bisschen. So, oh, Hilfe. Ich bin ein armes kleines Mädchen ganz alleine hier. Hilfe, Mami. Aber es scheint die nicht so wirklich zu interessieren. Die sind offenbar zu schlau. Ich würde gerade einen Pilz da reinsetzen. Aber, wie wir ja wissen, hat Annie selten Pilze dabei. Ja, ja. Schnauze. Ich komme. Alles kein Thema. Oh, schade. Mann, ich will auch Kills. Ich will doch wenigstens 5-5 spielen. Bitte. Lass mich nicht nega... Warum zitterst du so? Achso, ich hatte Angst. Lass mich doch wenigstens 5-5 spielen. Ach, du Fotze. Ich will nur 5-5 spielen. Dann ist alles gut. 5-5. Bitte. Lass mich einfach nur neutral spielen. Einfach nur neutral. Dann könnt ihr Kills haben ohne Ende. Und lass mich bitte neutral spielen. Man muss, ähm... Ich will ja nicht... Nicht zu nahe treten. Aber die machen ganz schön Schaden, die Lieben. Lieben netten... Unnetten... Fotze. Fotze! 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 Renga sieht das Back wohl nicht so. Doch. Sieht auch so. Okay. Wie sieht's mit Drake aus? Drei Minuten. Oh nein. Ich komme hier rum, mein Lieber. Ich hab doch den Bär gesetzt. Ach, sein Scheiß. Ich hab doch den fucking Bär gesetzt. Ich hab doch den Bär gesetzt, Mann. Wo ist denn jetzt die ganzen Gegner hier? Ach, verfluchte Axt. Ich hasse mein Leben. Ja! Oh mein Gott. Nix hier weg! Oh mein Gott, ich spiel positiv! Also, neutral meine ich. Ja! Ja! Neutral! Jetzt wird alles gut. So! Okay. Dann rennen wir mal Botlane. Und räumen da mal ein bisschen auf. Weil das kann ja so nicht bleiben, ne? Ich würd echt gern wissen, wie lange wir schon aufnehmen. Damit ich weiß, wie sehr es mich verletzen wird, dieses Video hochzuladen. Aber leider seh ich nicht die erste Zahl. Ich seh nicht die Zehnerzahl vorne. So. Okay. Ich mach jetzt hier mal so einen Teil. Stopp! Der kommt da hin. So. Okay. Dann mach ich da immer noch die Wave weg. Und dann... ...betrachte ich Schön aus den Augenwinkeln. Und geh mal lieber ein bisschen näher an meinen Towerline ran. Und markier den Leuten mal, dass Drake gleich da ist. So. Gut. Und dann schleichen wir mal in die Mitte, um ein bisschen zu helfen. Ach du Arsch. Hab ich doch schon schön gemacht gerade, Mensch. Okay. Ich kann mir so ein Flash-Tippers-Ding machen, aber ich hab ein bisschen Angst. Oh, das war jetzt aber nicht unbedingt so toll, wie ich das gehofft hatte. Vorsicht. Vorsicht. Wo ist Tibbers? Da. Tibbers. Vorsicht, Tibbers. Oh, Gottes Willen. Erstmal die 5. Erstmal die 5. Tibbers. Okay. Tibbers ist jetzt leider nicht mehr so ganz unter uns. Leben denn? Oh, je, mir. Ah, verdammte Axt. Ah, verdammte Axt. Ähm. Gut. Okay, voll. Oh, Gottes Willen. Ah, verdammt. Ja, das war dann auch schon ich. Egal, ich spiele noch neutral. Es ist alles gut. Moment, ganz kurz. So, da war nur ein ganz, ganz kleiner Cut, dass ich sehen kann, dass wir jetzt derzeit bei 33 Minuten sind und mein Upload-Dings brennt jetzt schon und ich heule. Ich heule. Ich will nicht so lange hochladen. Oh, Gott. Nein, scheiße. Nein. Ich kann nicht hinsehen. Ich gucke einfach nicht hin. Oh, Gott sei Dank. Gut gemacht. Ach, der Renga hat es bekommen. Lol. Äh, ich würde jetzt eher mal gucken, dass wir da vielleicht wegkommen. Oh, ich kann nicht hinsehen. Ich kann einfach nicht hinsehen. Wir haben den Drake gekriegt. Wir haben einen Drake mehr als die. Das ist ein Vorteil. Ach, ihr beiden seid doch immer so die Helden vom Dienst. So, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie viel ausrichten kann. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ganz schnell herunter. Rette den Tower. So. Und gehe er back. So. Jetzt habe ich nämlich hier ein bisschen Geld. Habe den Tower gerettet. Und, ja, den halt jetzt nicht, aber, ne. Und kann hier mal gucken, ob ich da irgendwas saven kann. Vermutlich nicht, weil 1 gegen 5 ist jetzt nicht immer unbedingt meine Stärke. Aber, äh, ja. Ne, ich bin zumindest hier. Ich bin anwesend. Hallo. Ich bin hier. Aua. Okay. So. Ich bin hier. Alles gut. Die sind da so hier. Aber, naja. Was soll's. So. Da haben die halt so ein bisschen barren. Mensch. Warum nicht, ne? Man soll ja seinen Feinden auch mal was gönnen. Was, wenn nicht die komplette Vernichtung unseres Lebens. Warum gehe ich da hin? Bin ich komplett irre. Sieht so aus. Ich will nie negativ spielen. Okay. Dann machen wir den kleinen Kamerad da weg. Tschüss, Krabbi. Wupp. Was, ihr seid geflasht? Amos, das war jetzt aber nicht unbedingt so nötig. Für jemanden zu flashen, der weghüpfen kann. Ich weiß ja nicht. Vor allem, wenn ich keinen Star... Oh. Ja. Ja. Wunderbar. Anstatt ihr wegrennt. Ich frage mal. Und? Wie sieht's aus? Ja, nein, vielleicht. Ist es verzweifelnd. So. In Team, we win. Mama. In Team, we win. Ich werde jetzt erstmal farm, meine Lieben. Denn, wenn man hier schon mal die Möglichkeit hat, ein paar Minions wegzuklatschen, dann sollte man das auch tun. Und ich hoffe, dass der Mister hier mir die nicht wegnimmt, denn ich habe erst 120. Und das ist bei der Zeit, die wir spielen, schon etwas peinlich. Ja. So. Gut. We need vision, Mama. Vision, Mama. Vision, vision. Okay. Alles gut. Ich habe mich beruhigt. Alles gut. Wir zerfetzen uns schon wieder. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ich kaufe mir jetzt erstmal so ein Zepterlein. Zepterlein in meinen Kopf hinein. Zepterlein. Ich will nach Hause. Ich will dieses Spiel wenden. Die haben so viele Tanks. Das tut so weh. Die haben den Stein und den Shen und den Ikarim. Das ist doch scheiße. Auch mit alle 3000 Milliarden Magieresistenz. Das ist doch doof, ey. Das ist doch doof. Lukas, der Boss. Oh, Lukas, der Boss. Vorsichtig. Wollt doch mal auf einer Reihe stehen, damit ich euch alles stunnen kann. Vorsichtig. Oh, nice. Oh, nicht schlecht. Ich komme. Ich komme, Rammus. Oh, ich glaube, Rammus macht das alleine. Habt ihr mal gestunt für euch? Ach, verfluchte Axt. Jetzt hat sie mich. Oh nein. Nautilus hat sie. Nautilus. Nautilus. Ich übersteuere und breche euch jeglichen Hörner. Yeah. Oh, ich habe voll Hunger. Ich würde voll gern was essen. Essen wäre richtig gut. Du, Renga, glaubst du, wir könnten den Drake machen? Was meinst du? Nicht so? Offenbar nicht so. Meiner. So, ihr sterbt wieder alle wunderbar. We are too greedy for everything. Oh, fuck. We are too greedy for everything. 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 Das war cool, wie ich den gesaved hab. So, wie sieht's denn aus? Ja, ich kann leider nicht alleine den Drake machen. Das tut mir leid, Renga. Ich verlasse dich. Und kümmere mich erstmal um das Kreppchen hier. Da 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 da. So, die haben jetzt dann den... Was? Nie, Annie, and Renga. Okay. Was denn? Was denn, Mi? So, wir haben auf jeden Fall das Ding gewordert. Die haben zwar jetzt den dritten Drake und wir nur zwei, aber das ist okay. So, die Top-Lane pusht wieder vielleicht ein bisschen durch, habe ich die Hoffnung. Darf ich auch mal Hoffnung haben. Ich kaufe mir jetzt mal meinen Höllen-Zepter-Line. So. Und jetzt fangen wir hier mal an, ein bisschen ernst zu spielen, denn ich bin immer noch neutral und das ist schön. Das möchte ich bitte nicht verlieren. Das wäre ganz schön, bitte. So. Ich bin ahnungslos und hilflos und Hilfe. Das ist da noch ein Gesicht, hoffe ich. Oh, fuck. Ich bin auf der falschen Seite. Ach, Vater, hab da Angst. Vorsichtig rein, Schatzi. Alles wird gut, wenn wir jetzt ein bisschen vorsichtig sind. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Tibbers, Attacke. Du machst das, Tibbers. Ich glaube an dich. Vorsichtig. Ich weiß nicht, ob der schon so sein... Huh, ich bin hier gemacht hat. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich werde auf jeden Fall negativ spielen, so wie es aussieht. Naja. Wir hatten es versucht, ne? Wir hatten es versucht. So, erst mal das daneben. Okay, gut. Er ist gestorben, hat aber noch einen Kill gekriegt. Das ist gut. So. Alles klar. Ich kaufe mir jetzt mal ganz schnell den Scheiß da. Bitte vorsichtig spielen, Leute. Seid nicht zu gierig. Entspannt euch. Kills sind gut, aber überleben ist wichtiger. Okay? Pusht einfach ein bisschen. Pusht einfach den Scheiß zurück. So. Vor allem der Graves sollte jetzt ganz, ganz viel hier in der Base chillen und pushen. Wir brauchen noch 1400, um full zu sein. Das ist natürlich ein bisschen viel, ne? So, ich mache jetzt mal hier noch die Base. Schaut mal, dass ihr den Burn vielleicht kriegt. Dann konzentrieren die sich auch auf euch. Ich kann hier in Ruhe ein bisschen durchpushen. So. Ganz elegant. Und schwuppdiwupp. Das ist ja nur die Sache. Ich habe gerade keinen Stun. Ne? Meine Lieben. So, erstmal die Troller da weg. Nein, die Troller. Nein, der Typ hat mich. Nein, der Typ hat mich. Komm schon, bitte. Das ist unglaublich. Sobald mal Zaha einmal leeren Griff auf dich macht, ist es vorbei. Ah, ja. Bisschen Schnelligkeit. Bisschen Schnelligkeit ist gut. Haben die jetzt auch Baron? Ne, keiner hat Baron. Gut. Graves, mach keinen Scheiß. Jetzt kümmere dich um die Minions. Jetzt kümmere dich um die Minions. Jetzt kümmere dich um die Minions. Na komm, jetzt lass uns doch mal gewinnen. Wie sieht's denn aus? Okay. Ich markier mal hier. In einer Minute, meine Lieben. Ich bin immer noch neutral. Wie schön. Aber mal Zaha ist jetzt, glaube ich, schon ganz schön gefiedert, ne? Ja. Also wie Hikari. So. Ich will jetzt erstmal hier den netten Kollegen... Alles gut. So. Einmal Wum. Genau das meine ich nämlich, Leute. Oh, fucking... Oh, verfluchte Achs. Ja, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Doch negativ. Schade. Hm. Oh, okay. Ja, ja, das war es dann wohl, so wie es aussieht. Tschüss, Ramos, kleiner, süßer Schildkröte. Ist Ramos eine Schildkröte? Schon, ne? Ja, und Dudo und Helps. Äh, Dudo und Helps. Fuck this shit, man. Alter, was ist denn hier kaputt? Ich mach jetzt einfach mal mit dem Tibbers da rein, so. Dann geh ich ganz weit weg. Nein, nein, nein. Juhu! Hui! Ich sag doch, ihr müsst negativ spielen. So ein Scheiß. Ach, Mannu. Jetzt ist es gelaufen. Schade. Schade, schade. Los, Graves, gewinn doch. Naja, war ja trotzdem eine ganz okaye Runde, auch wenn ich mich viel aufgeregt habe. Zurecht! Zurecht! Vorsichtig, please. Vorsichtig spielen. Nicht zu viel attackieren. Deft einfach die Minions. Oh. Anstatt ihr halt Deft. Ich mein, so lenken sie wenigstens ab, aber anstatt sie mal Deft. Leih. Wie lange Ramos durchgehalten hat, krass. Da komme ich sogar auch nochmal auf die Bildfläche. Hey, das geht ja richtig los. Aber mein Saha leider auch. Naja. Was seid denn ihr für große Ganoven hier? Bräuchte Knight jetzt echt sowas wie ein ADC, ne? Das wäre schon ganz nice. So ein ADC wäre super. Oder ein Rengar ist auch gut. So. Die machen jetzt nochmal Drake, wa? Bestimmt. So. Annie macht halt aber auch einen Autohit so gar nicht, ne? So. Okay. Okay. Wir haben kein Tower mehr. Ne. Auch unter Bot Lane. Haha. Bot Lane ist krass. Ich pushe jetzt mal hier wenigstens noch die kleinen. So. Noch einmal ein W. Noch einmal ein Q. So. Das ist weg. In der Hoffnung, dass ich das überlebe. Ich pushe wenigstens die Top Lane wieder ein bisschen. Und ich habe mein letztes Item. Schwupp. Was macht ein Rengar da unten außer sterben? Gibt es hier noch irgendwas, das ich kaufen kann? Ne, ne? Ich bin jetzt voll. Jo. Okay. Ich bin Graves. Ich schrei die ganze Zeit nur rum und flame den Shit out of everyone. Out of everyone. Out of everyone. Fuck this shit up. Wo bin ich? Hier bin ich. Der Maserha ist einfach zu OP. Zu OP. Hä? Wo ist Graves? Ist ja noch ein Leben. Attackier ihn einfach. So. Just push. Bot. Hm. Ja. Deffen ist eigentlich auch wichtig, ne? Ich dachte halt, vielleicht kann es Rengar machen. Naja. Ja. Ja, ich dachte, Rengar kann es vielleicht machen. Naja. Gut. Ach je. Ist ja aber auch ein Kampf hier, ne? Muss ich mal Gase putzen? Tut mir leid, aber... Ich bin ein bisschen krank. Und 50 Minuten, aber ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Oh, das wird so unglaublich lange dauern, das hochzuladen, ne? Sechs Stunden bestimmt. Oh, geil. Hab ich ja richtig Bock. Da ich negativ bin, da ich sowieso negativ bleiben werde, das spüre ich jetzt schon, das hab ich am Anfang schon gespürt, werde ich jetzt die Top-Lane pushen. Alleine. In der Hoffnung, dass die anderen sich einfach darauf konzentrieren, alles zu deffen. Dass die Inhibitors-Dinger sich wieder aufbauen. So. Ähm, wie sieht's denn aus? Also, die kriegen wahrscheinlich gleich wieder Baron. Ja, oder Shen macht einfach Ende. Naja. Alle machen Ende. Ich renne einfach weiter. Ist schon okay. Ja, aber nice. Ich hab den Shen weggeklatscht. Ich werde vermutlich sterben. Ich sag mal, zu 90% werde ich sterben. Aber das ist kein Thema. Weil darauf kommt's jetzt eh nicht mehr an. Auf meinen Score kommt's schon lange nicht mehr an. Es geht jetzt nur noch ums Gewinnen. Und zu gewinnen muss man manchmal Opfer bringen. Zum Beispiel sein eigenes Leben. Und vermutlich wird gleich jemand angerannt kommen. Deswegen sollte ich mich darauf vorbereiten, mich nicht zu erschrecken. Ich werde mich vermutlich trotzdem erschrecken. Hey, nicht schlecht, Leute. Ihr macht's ja ganz schön hier. Schade. Naja. War ein Versuch. Gut, aber danke für's Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fange gerade auf, dass gar kein Ton ist. Bei dem Spiel ist gar kein Ton. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Essen. Süß. 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 Vielen Dank.